Wir können sie ablehnen, wir können ihnen aus dem Weg gehen, wir können anfangen zu kämpfen, was meistens die erste Reaktion ist, wenn wir in einen Konflikt geraten. Oder wir können probieren, einen neuen Weg zu finden, damit umzugehen, den wir vielleicht nicht unbedingt lernen, als Kinder in der Schule, von unseren Eltern, von der Gemeinschaft oder von dem auch immer. Wir können probieren, respektvoll umzugehen mit unseren Mitmenschen, auch wenn wir nicht immer einer gleichen Meinung sind. Respekt ist einer der Werte, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben und der uns wichtig ist. Und ich denke, wenn wir in unserem Gegenüber den Menschen erkennen, der zwar eine andere Meinung hat, mit dem wir gerade im Konflikt sind, der uns verletzt, der versucht vielleicht uns zu übervorteilen, uns zu nahe tritt, oder uns auf eine andere Art und Weise gerade wehtut oder in die Quere kommt. Trotzdem, wenn wir mit Respekt an die ganze Sache herangehen und den Menschen darin sehen, dann wissen wir, dass er genauso eine Meinung hat, wie wir eine Meinung haben und dass er ein Recht hat, diese Meinung zu haben. Und dass wir vielleicht zuhören und tolerant sind mit seiner Sichtweise und überlegen, wie wir aus diesem Konflikt rauskommen können. Und ein Weg, den man gehen kann, um Konflikte zu lösen, der gewaltlos ist, das ist die Kooperation. Das heißt, es wird kaum einen Menschen geben auf dieser Welt, schon gar nicht einen, der uns nahe steht, oder mit uns in einer Gemeinschaft lebt, mit dem wir nicht etwas finden, das uns verbindet. Einen Wert, eine andere Sache, wo wir einer Meinung sind. Und wenn wir anfangen, vielleicht einmal die Perspektive zu wechseln oder das Thema zu wechseln und schauen, was verbindet uns. Oder warum hat er eine andere Sichtweise, was bewegt ihn, wieso kommt er zu dem Schluss, zu dem ich nicht komme. Wieso meint er das Gegenteil von mir. Wenn wir anfangen, in Kooperation zu gehen mit diesen Menschen, dann gehen wir einen Weg, Konflikte zu lösen, der gewaltlos ist. Und was wir im Kleinen tun können, das können wir auch im Großen tun. Was wir im Kleinen schaffen, das können wir auch fordern, das unsere Politiker im Großen tun. Und das ist der Grund, warum wir in diesem Verein uns entschieden haben, dass wir den Weg der Gewaltlosigkeit gehen wollen. Respekt ist Voraussetzung dafür. Jetzt geht es um ein Thema, wo wir auch ein bisschen tolerant und respektvoll sein müssen. Und was uns sicher bewegt, die letzten Tage auch durch die Presse gegangen ist. Und das sind die Waffenlieferungen, die momentan beschlossen worden sind, die gelockert werden. Und in Konfliktgebiete entschieden worden ist, dass Waffen in Konfliktgebiete geliefert werden. Wir haben einen Referenten zu Gast, der jetzt als nächstes kommt. Das ist der Thomas Kesselring. Er war Dozent für Philosophie und Ethik. Er hat die Schwerpunkte Entwicklungspsychologie, Moralentwicklung, Entwicklung der Emotionen und Empathie und Ethik. Er selber bezeichnet sich als Absteiger und Tiefgänger. Damit meint er mehrere Sachen. Einerseits geht er wahnsinnig gern in Höhlen. Ganz tief in die Höhlen. Je tiefer, desto besser, sagt er. Und er unterrichtet gerne ganz unten in der Welt. In Ländern, die in der Weltstatistik auch ganz unten sind. Zwei davon sind Mosambik und Brasilien. Freuen wir uns gemeinsam auf den Vortrag von Thomas Kesselring. Ich möchte Sie begrüßen mit einem kleinen Limerick. Es lebt ein Bürger in Langenthal, Chef einer Firma mit Klangenschal. Er ist dieser Minister, unser Wirtschaftsminister. Seine Reden, die klingen und klangen fahre. Er klangte in Brasiliens Nordosten einen Ruag-Fabrik-Außenkosten für Munition, die immer ja schon die Opfer das Leben kosten. Doch ist in Brasilien das Morden inzwischen ein Volkssport von Horden. Mit Kugeln, die krachen, Geschäfte zu machen, wäre dann doch zu peinlich geworden. Ja, ich sollte ursprünglich, ich gehe jetzt in Prosa über, wenn Sie ganz gut zuhören, kann ich zum Schluss noch ein weiteres Poet bringen, wenn Sie wollen. Ja, ich bin eigentlich gebeten worden, über die Munitionsfabrik in Brasilien zu sprechen. Aber da Anfang September der Bundesrat nun doch entschieden hat, sie nicht zu bauen, habe ich das Thema geändert. Es hat leider viel gebraucht, damit er sie nicht baut. Ich selber habe an diesen Langenthaler Bürger einen offenen Brief geschickt, in dem ich auch die Statistiken, die Mordstatistiken in Brasilien, erwähnt habe und heruntergebrochen habe auf die Größenordnung eines Dorfs oder Stadt wie Langenthal. Also im brasilianischen Durchschnitt würden in Langenthal pro Tag im Jahr fünf Personen ermordet. In Recife, wo die Fabrik zu stehen gekommen wäre, sind es sogar acht Personen pro Jahr. Und ich habe dem Bundesrat auch geschrieben, wenn Sie noch ein bisschen weiter nach Nordosten gehen, nach Fortaleza, dann wird die Fabrik noch mehr rentieren, denn dort sind es zwölf bis dreizehn Personen pro Jahr, die, wenn es Langenthal wäre, dort umkehren. In Brasilien sind es 60.000 ungefähr im Jahr. Aber gut, ich habe das Thema geändert und bin jetzt auch gebeten worden, in Anbetracht des Wetters zu kürzen. Ich wollte ursprünglich auch noch die Statistiken zeigen über Kriegsmaterial, Exporte und besondere militärische Güter. Das mache ich jetzt nicht. Ich zappe da durch. Sie können das auch online im Internet finden. Ich möchte nur das eine sagen, dass meistens einfach von den Rüstungsexporten die Rede ist, aber es gibt eben auch die sogenannten besonderen militärischen Güter. Das sind sogenannte Dual-Use-Güter, die man auch zivil verwenden kann. Also Beispiel Chemikalien, die man als Sprengstoff oder als Dünger benutzen kann oder die berühmten Pilatus-Flugzeuge. Wie gesagt, ich werde darüber jetzt nicht sprechen, sondern gleich zu der Frage übergehen, wie wird eigentlich der Rüstungsexport begründet. Ich bin, wie gesagt, nicht Historiker, sondern Philosoph und mein sozusagen, mein Metier ist es zu argumentieren. Ich sehe also voran vier Argumente, mit denen der Rüstungsexport begründet wird. Erstens, Arbeitsplätze schaffen und erhalten. Zweitens, an der internationalen Entwicklung von Rüstungstechnologien teilhaben. Das können Firmen nicht, die nur die schweizerische Armee bedienen, weil sie zu klein sind. Daher muss man auch exportieren können. Drittens, Wettbewerbschancen muss man optimieren, denn Konzerne müssen rentieren, wenn sie sogar wachsen. Und viertens, bestimmte Empfängerländer, zum Beispiel USA oder selbst Saudi-Arabien, sind wichtige Geschäftspartner. Ich komme zum ersten Punkt, Arbeitsplätze. Vieles, was ich jetzt sage, sind auch Argumente gegen die anderen drei Begründungen. Laut einer Studie des Bundes von 2008 beschäftigt die Schweizer Rüstungsexportindustrie direkt 3.335 Personen. Zusätzlich schafft die Branche 1.797 Arbeitsplätze bei Zulieferfirmen. Das sind weniger als die Anzahl Beschäftigter im Berner Inselspital mit 6.377 Personen im Jahr 2015. Das Argument zur Erhaltung dieser Arbeitsplätze, müssten die Rüstungsexporte gelockert werden, ist also, wie man so schön sagt, sackschwach. Diverse Rüstungsfirmen inklusive Ruag unterhalten inzwischen eine zivile Produktion. Gut so, ausbauen, die Rüstungsproduktion dafür zurückfahren und auflösen. Manchmal wird gesagt, Waffen allein töteten ja keine Menschen. Dazu braucht es jemanden, der sie bediene. Diese Ausrede, sorry, die ist nun wirklich aubernd. Man produziert keine Gewehre, damit sie niemand benutzt. Die Ruag ist auf Kleinwaffenmunition spezialisiert und kleinkalibrige Schusswaffen, so schreibt Ixoa, sind die eigentlichen Massenvernichtungswaffen unserer Zeit. Sie fordern rund 1.000 Todesopfer pro Tag. Und in Brasilien, das ich sehr gut kenne, sind es 120 bis 160 Opfer pro Tag. Übrigens gibt es inzwischen auch autonom gesteuerte Drohnen, die ihre Opfer automatisch ansteuern und automatisch Schüsse abgeben. Oft hört man, es werde dafür gesorgt, dass exportierte Waffen und Munition nicht in falsche Hände geraten. Welches die falschen Hände sind, merkt man aber meist erst im Nachhinein. Und es gibt nie eine Gewähr dafür, dass Rüstungsgüter nicht von den richtigen Händen in falsche Hände weitergereicht werden. Wobei dann plötzlich Ruag-Handgranaten im syrischen Bürgerkrieg auftauchen. So geschehen 2012. Daher ist das Verbot, Rüstungsgüter in Länder zu exportieren, die für gravierende Menschenrechtsverletzungen bekannt sind, völlig unzureichend. Richtige Hände sind eigentlich die, die Waffen lediglich zu ihrer Verteidigung benutzen. So als ob sich Angreifer und Opfer immer klar unterscheiden ließen. Haben Sie schon mal von einem Krieg gehört, in dem sich die Angreifer nicht auch verteidigen? Ja, es hat in der Geschichte immer wieder klare Angriffskriege gegeben. Doch sehr oft sind die Gründe, die zu Krieg führen, komplex und verschachtend. Wenn Kinder sich streiten, behauptet jedes, du hast angefangen. Nein, du! In Ländern wie den USA oder Brasilien wurden schon viele Kleinkriminelle oder Personen, die für solche gehalten wurden, von Polizeibeamten erschossen, angeblich aus bloßer Notwehr. Bei Kriegen ist das leider häufig nicht anders. Angriff, sagt ein bekannter Sprichwort, ist die beste Verteidigung. Wenn sich zudem externe Mächte einschalten, offiziell um eine Kriegspartei für ihre Verteidigung zu stärken, inoffiziell aber häufig um eigene Interessen durchzusetzen, dann wird die Unterscheidung zwischen Angriff und Verteidigung völlig obsolet. Im atomaren Wettrüsten der 70er und 80er Jahre proklamierten beide Seiten ihre Aufrüstung als Verteidigungsmaßnahmen. Das führte bekanntlich in eine irre Teufelsspirale und ein Teil der Atomwaffenarsenale gedroht uns alle heute noch. Ja, die zweite Begründung für Waffenexporte. Wir wollen nicht von der technologischen Kriegsgeräteentwicklung abgehängt werden. Mit der Technologieentwicklung hat sich auch die Art der Kriegführung immer wieder verändert. Sie wissen sicher, im Ersten Weltkrieg kamen zum ersten Mal Flugzeuge. Im Laufe des Krieges zum Einsatz. Nach 1945 kam es zum Kalten Krieg mit atomarer Hochrüstung. Die ersten Atombomben wurden 1945 abgeworfen. Dann kam der NATO Doppelbeschluss und unter US-Präsident Ronald Reagan kam es zur Strategic Defense Initiative, die dann auch als Star Wars nach dem bekannten Film bezeichnet wurde. Kriegführung schien immer teurer zu werden, die Technik dazu immer komplizierter, weiträumiger einsetzbar und unheimlicher. Andererseits bestand die Hoffnung, dass sich kein Land mehr diesen riesigen Aufwand würde leisten können. Kurz nachdem unverhofft die Berliner Mauer fiel und wir in der Schweiz 1990 mit 38% Stimmen für die Armeeabschaffung votierten, kurz nachher erlitt die Friedensbewegung einen unerwarteten Schock. Die Bürgerkriege in Ruanda, im Kongo und im Balkan wurden auf grausamste Weise aber mit technologisch höchst primitiven Mitteln geführt. In Ruanda wurden in kurzer Zeit 800.000 Menschen buchstäblich niedergemetzelt mit billig aus China importierten Macheten. Im Kongo und sogar im Balkan wurden ganze Landstriche mittels Massenvergewaltigungen entvölkert. Macheten sind eigentlich keine Waffen und die Massenvergewaltigung ist eine archaische Strategie ohne technologische Grundlage. Die Schweiz will nicht von der kriegstechnologischen Entwicklung abgehängt werden. Was heißt das in Anbetracht dieser Vielfalt an Mitteln zur Kriegsführung, die uns doch längst schon zur Verfügung stehen? Unsere Zukunft hängt nicht von der neuesten Waffentechnologie und überhaupt nicht von der Technologieentwicklung ab, sondern davon, dass wir Kriege überhaupt verhindern. Es trifft durchaus zu, also das will ich auch noch kurz erwähnen, dass Technologien, die zu Militärzwecken entwickelt worden sind, uns heute das Leben erleichtern. Beispiele sind das Internet, Raketen und das schweizerische Armeenassag. Wir brauchen aber keine Kriegsindustrie, um später von nützlichen Erfindungen zu profitieren. Der Preis dazu wäre viel zu hoch. Falls ähnliche Erfindungen nicht auch außerhalb der Rüstungsindustrie möglich sein sollten, was ich nicht glaube, ich meine das Internet ist dann im Wesentlichen außerhalb, der Rüstungsindustrie weiterentwickelt worden, so ist es immerhin doch so, dass die Menschen bis vor kurzer Zeit auch ohne Internetraketen und schweizerischen Taschenmessern recht gut und glücklich überlebt haben. Unsere Industrien müssen wachsen. Drittes Argument. Aber Wirtschaftswachstum ist sicherlich kein Selbstzweck. Bei der Rüstungsindustrie erst recht nicht. Die Wirtschaft mag so lange weiter wachsen, als die Weltbevölkerung wächst und den untersten 2 Milliarden Menschen der Zugang zu menschenwürdigen Lebensverhältnissen fehlt. Dazu braucht es keine Rüstungsindustrie, wohl aber konstruktive Initiativen. Also wenn Sie ein Beispiel hören wollen, in Brasilien hat ein Schweizer, der Thurgauer Ernst Götzsch, eine Methode gefunden, wie man tropische Wälder wieder aufforsten kann und dies mit rein biologischen Mitteln. Wer in dieser Branche arbeitet, kann sich damit beinahe sofort seinen Lebensunterhalt erwirtschaften. Vierter Grund. Was die wichtigen Geschäftspartner betrifft, Saudi-Arabien zum Beispiel, so dürfen wir uns nicht von ihnen vor den Karren spannen lassen. Es ist skandalös, dass die Schweiz trotz der saudischen Kriegsoffensive im Jemen seit März 2015 weiterhin Munition und Ersatzteile für früher verkauftes Gerät an Saudi-Arabien lieferte. Was sagt die SECO dazu? Ich zitiere den SECO-Sprecher Fabian Mayenfisch. Die Schweizer Industrie muss Verträge einhalten, weil sonst Entschädigungsforderungen gestellt werden. Außerdem ist Saudi-Arabien ein wichtiger Handelspartner, die größte arabische Volkswirtschaft hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten und Destination des zweitgrößten Schweizer Exportvolumens im Mittleren Osten mit 4,6 Milliarden Franken 2014. Saudi-Arabien ist das Beispiel eines Landes, das zum Zeitpunkt, als der Rüstungsexport begann, keinen Krieg führte, seither aber das gelieferte Material in Kriegen einsetzt. Das ist erwiesen etwa für Pilatus-Flugzeuge, von denen 2012 eine Stückzahl, ich weiß nicht, wie hoch sie war, aber für eine Milliarde Franken geschickt, versandt worden ist. Und 2015, nachdem der Feldzug nach Jemen schon begonnen hatte, sind noch einmal Pilatus-Flugzeuge für 414 Millionen Franken nach Saudi-Arabien verkauft worden. Wenn man sagt, naja gut, zum Zeitpunkt des Verkaufs hat das Land keinen Krieg geführt und dann die Augen verschließt, wenn das Land ein Krieg beginnt oder sagt, wir müssen unsere Verträge einhalten, dann, meine Damen und Herren, bedeutet das eine Gesetzeslücke. Lieferverträge müssen gestoppt und Ersatz- sowie Reparaturlieferungen unterbunden werden, sobald das Empfängerland zu kriegerischen Handlungen schreitet. Dass die Schweiz seit dem 15.8-Bot-Aktion auserlenkt. Wie viele Menschen werden mit jeder Million an Rüstungsgütern, die wir exportieren, umgebracht? 5, 10, 20, 50, 100? Niemand weiß es. Es existiert keine Statistik darüber. Am besten wäre es deshalb unsere Landwirte völlig auf die Herstellung von Kriegsmaterial und jedenfalls auf deren Ausfuhr gänzlich verzichten. Wir würden dadurch international an Glaubwürdigkeit gewinnen. Wir pochen ja auch auf unsere humanitäre Tradition und auf unsere Neutralität. Die abzubauenden Arbeitsplätze können dann unschwerend zivile Branchen dissoziiert werden. Auch im Ausland. Ich habe das Beispiel Ernst Götzsch genannt. Es gibt viele andere Beispiele. Aber ich höre jetzt schon den Einwand, nicht von Ihnen, aber von einer vielleicht schweigenden Mehrheit. Das sei völlig naiv, was ich jetzt sage. Aber denken Sie bitte Folgendes. Die größte, jetzt rede ich eigentlich zu den Abwesenden. Die größte Herausforderung, vor der wir alle Menschen in allen Ländern stehen, ist zweifellos der Klimawandel. Der französische Philosoph, der französische Philosoph Michel Serres hat die Situation, in der wir uns befinden, einmal mit derjenigen, einer Mannschaft auf einem Meeresdampfer vor dem Aufkommen eines Orkans verglichen. Er schreibt, Seeleute wissen, dass sie ihr Schiff, wenn sie sich untereinander in Zweien, zum Untergang verurteilen, bevor sie noch die Oberhand über den inneren Gegner gewinnen. Dieses Bild bezieht seine Ausdruckskraft nicht zuletzt aus dem Umstand, dass die Erde häufig mit einem Raumschiff verglichen wird. Zurzeit sieht es tatsächlich nicht so aus, als ob sich Besatzung und Passagiere dieses Raumschiffs auf die gemeinsame Verfolgung des Ziels verpflichten wollten, das Risiko ihres Untergangs zu verringern. Andernfalls wären wir jetzt ja auch nicht hier. Okay, dass sie so brav zugehört haben, will ich mein Versprechen einlösen. Ich nenne das jetzt den Rüstungslimmerik. Der ist nur wirklich kurz. Rüstung heißt, soll es sich lohnen und einbringen viele Millionen. Doch menschliches Leben, das kann man daneben halt dann leider nicht auch noch schonen. Ich will hier aufhören, nicht, dass sie nachher sagen, er hat sich mühsam fortgebunden und nie das rechte Wort gefunden, seine Wege leeres Schwangen endete als schweres Lamm. Danke. Applaus K里 Karte K Tú K K K K K��making